Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Time for Crime. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und ja, in dieser Woche ist ja schon Weihnachten, also es ist nicht mehr lange hin. Und ja, an diesem Dienstag habe ich heute mal für euch zwei deutsche Fälle herausgesucht, was auch mal was anderes ist, denke ich. Und ja, wir gehen im ersten Fall gleich in das Jahr 1977, also ein bisschen sehr weit zurück. Und im zweiten Fall befinden wir uns im Jahr 1993. Also seid gespannt. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, im ersten Fall heute geht es um den Fall von Marion Mitscherlich. Marion wurde 1957 in Sachsen geboren. Sie hatte zwei Geschwister und im Herbst 1977 war Marion 20 Jahre alt. Sie wohnte in Pirna in der damaligen DDR. Ihre Mutter arbeitete bei einer Pirna Fahrzeugelektronikfirma. Und ihr Vater war Abteilungsleiter beim Starkstromanlagenbau. Ja, Marion war unter anderem auch Mitglied der SED und Absolventin der Jugendhochschule Wilhelm Pieck. Und nach ihrer Lehre war sie als Sekretärin für Kultur und Sport bei der FDJ-Kreisleitung in Pirna tätig. Sie war eine treue Sozialistin, so sagte man, und sehr zuverlässig. Und ja, ihr Vater kann sich daran erinnern, dass sie mal einen Satz gesagt hat, der ihm im Nachhinein wirklich sehr, sehr oft wieder und immer wieder durch den Kopf ging. Und zwar, wo die Partei mich braucht, da gehe ich hin. Ja, also das könnt ihr euch schon mal so ein bisschen vormerken, diesen Satz. Der ist auf jeden Fall sehr interessant. Es war dann Montag, der 24. Oktober 1977. Marion rief bei ihrem Vater im Betrieb an und wollte einfach ihm nur mitteilen, dass sie heute, also an dem Tag später nach Hause kommen würde. Aber sie kam nicht nach Hause. Ihre Eltern glaubten, sie übernachtete auf der Arbeit. Ja, also das hat sie wohl des Öfteren gemacht. Und das war eigentlich nicht so, ja, nichts Ungewöhnliches, wenn sie mal wirklich lange arbeiten musste, dass sie denn dort geblieben ist. Und auch an diesem Tag dachten die Eltern, dass es das so wäre. Aber am nächsten Tag, da rief ein Mitarbeiter der Firma an und, ja, fragte, wo Marion denn wäre und ob sie noch zur Arbeit kommen würde oder ob sie schon unterwegs wäre und vielleicht verschlafen hätte oder ähnliches. Das war natürlich wirklich sehr außergewöhnlich, denn gerade bei so einer Situation, wenn die Eltern denken, sie hat auf der Arbeit übernachtet und dann ruft die Arbeit an und fragt, was ist jetzt mit Marion? Wo bleibt sie? Da gehen natürlich komplett die Alarmglocken an. Also das ist bestimmt ganz schrecklich gewesen für die Eltern. Zwei Tage später, also ein Tag später nach diesem Anruf, am 26. Oktober 1977, ja, meldete die Firma, bei der Marion angestellt war, sie als vermisst und zwar bei der WOPO, bei der Volkspolizei, genau, also die Kreisleitung hat dann diesen vermissten Aufruf oder diese vermissten Meldung abgegeben. Ja, die Suche wurde wirklich umfangreich durchgeführt, denn es war nicht nur die Kripo dabei und auch nicht die Volkspolizei, sondern auch die Schutzpolizei und die Mordkommission Dresden, sowie später dann auch die Stasi. Fünf bis sechs Tage ohne Pause wurde dort durchgearbeitet, um irgendwie etwas herauszubekommen, was mit Marion passiert ist. Am 24. Oktober hat sie Überstunden gemacht, ja, also es war der Abend, wo sie ihren Vater anrief und meinte, sie würde später nach Hause kommen. Um 17.30 Uhr war sie dann gesehen worden bei der Betriebskantine und um 21.43 Uhr war die Fördnerin unten unterwegs und hat im Haus noch Licht gesehen. Und um 22.10 Uhr, also sage ich jetzt einfach mal, ja, 15 bis 25 Minuten später, so um den Dreh, war aber das Licht wieder aus, als die Fördnerin schaute. Ja, die ganze FDJ-Zentrale wurde auf den Kopf gestellt und die Kripo, ja, so meinten das, so meinten so ein paar Leute, die da arbeitet, dass die Kripo wohl einen, ich sag mal in Anführungszeichen, riesen Wirbel um diesen vermissten Fall von Marion gemacht hat. Aber ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich finde es eigentlich ganz schön frech, sowas zu sagen. Warum macht die Polizei so einen riesen Wirbel um diesen vermissten Fall? Ich meine, man kann froh sein, dass die Polizei da hinterher ist und herausfinden will, was passiert ist. Jedenfalls machte die Kripo halt wirklich sehr, sehr viel Druck und sie verhörten dort alle Mitarbeiter. Unter anderem wurde aber auch die Wohnung der Familie mit Jellich durchsucht und, ja, nicht nur das, es wurden natürlich auch außerhalb draußen Wälder durchsucht, Teiche mit Tauchern abgesucht und auch Abwasserkanäle wurden durchforstet. Ja, zwischen der Zeit gab es, also zu der Zeit, als Marion verschwand, gab es in der Nähe überall Schichtwechsel, ja. Und ja, also es war halt wirklich sehr, sehr viel Verkehr auf der Straße und dass da überhaupt niemand irgendetwas beobachtet hat, das ist schon wirklich seltsam. Und kommen wir nun zu den Theorien, was denn mit Marion überhaupt passiert sein könnte. Die erste Theorie ist, dass die Kripo vermutet, dass es hier sich um eine Beziehungstat handeln könnte. Alle Bekannten von Marion wurden natürlich überprüft, das ist ganz klar. Fast 30 Bekannte waren es, die durchleuchtet wurden und, ja, man hatte überhaupt nichts in der Hand, keinen Hinweis auf irgendjemanden, der das hätte sein können, der da irgendwie involviert wäre, in ihr Verschwinden. Die zweite Theorie ist, dass Marion freiwillig verschwunden ist und bei ihrer Arbeit traf sie nämlich Gruppen aus westlichen Ländern und hat zu denen so ein bisschen Kontakte geknüpft. Und da kann man sich schon vorstellen, dass die Marion, die in der DDR lebte, vielleicht sich da Kontakte aufgebaut hat und einfach in den Westen gehen wollte. Das kann man sich sehr, sehr gut vorstellen. Gerade zu der Zeit, ne, ich meine, wir sind im Jahr 1977 zu dem Zeitpunkt, ja, die dritte Theorie wäre und das ist so diese Haupttheorie vom Vater von Marion ist, dass sie eine Agentin der Stasi geworden ist. Das ist auf jeden Fall sehr creepy, finde ich und auch sehr interessant auf der anderen Seite. Denn dieser eine Satz, den ich euch vorhin gesagt habe, den Marion ihrem Vater gesagt hat, also wo die Partei mich braucht, da gehe ich hin, so ungefähr, und genau, also das war halt Marion wirklich sehr wichtig. Sie hätte alles für den Staat und für die Partei gemacht. Ja, 13 Jahre nach dem Verschwinden von Marion, ja, war die DDR dann weg, komplett weg. Es gab dann auch Akteneinsicht bei der Stasi und, ähm, ja, also wie gesagt, man hat, ist halt davon ausgegangen, dass sie wirklich so eine Agentin der Stasi geworden ist und einfach untertauchen musste und der falschen Namen unterwegs war, also so wie wir das kennen, ähm, aus, ja, aus solchen Filmen vielleicht. Ja, auf jeden Fall gibt es eine Gauck-Behörde und die hatte keinerlei Kenntnis über eine Agentin, die Marion Mitscherlich hieß. Und, ähm, ja, also der Vater geht davon aus, dass das alles so trotzdem unter Verschluss geblieben ist und dass, äh, in diesen Akten, die man dann einsehen konnte, natürlich nicht alles, ähm, ähm, zu zeigen war. Ähm, genau. Ja, aber wenn sie keine Agentin der Stasi geworden ist und untergetaucht ist, was ist denn überhaupt mit ihr passiert? Was könnte da passiert sein? Und, ähm, ja, also eine vierte Theorie haben wir dann in diesem Fall und zwar ist es, ähm, dass ein Herr M involviert ist. Ja, was ist dann mit diesem Herrn M? Er, ja, also, und zwar, ein Informant erzählte 1987, ja, also zehn Jahre später nach dem Verschwinden von Marion, Stasi-Leuten in Ost-Berlin etwas über diesen Herrn M. Denn Herr M prallte mit dem Mord an einer FDJ-Funktionärin. Die junge Frau wäre von M schwanger gewesen und wollte sich, äh, in dessen Ehe drängen und deshalb hätte M, so laut der Aussage, diese FDJ-Funktionärin überfahren und beseitigt. Ja, aber, ähm, ja, die Ermittler in diesem Fall, die Kripo, die nehmen dieses Geständnis von Herrn M nicht wirklich ernst, weil er ein Alkoholiker ist. Jahre später haben die Ermittler nochmals mit Herrn M gesprochen. Diesmal war er in, ja, einem Altenpflegeheim, also er war schon wirklich älter und, ähm, da meint er, er habe zu viel erzählt im betrunkenen Zustand. Also, dass das überhaupt alles gar nicht stimmte, dass er überhaupt, ähm, niemanden umgebracht hätte. Ja, und so haben sie sich bestätigt gefühlt und da auch überhaupt nicht weiter geforscht. Ja, noch mal einmal kurz, ähm, zum Schluss, ähm, die Beschreibung von Marion Mitscherlich. Sie war 1977, als sie verschwand, 20 Jahre alt. Sie hatte eine zierliche Figur, hatte braune Haare und braune Augen. Am 31. Dezember 1982 wurde Marion Mitscherlich dann für tot erklärt. Das wollten die Eltern dann so, weil es irgendwas mit dem Erbe zu tun hatte und, ähm, ja, deswegen, ja, musste das oder muss man dann dementsprechend, ähm, diese vermisste Person dann für tot erklären. Und, ja, also, seit nunmehr 45 Jahren ist Marion Mitscherlich mittlerweile verschwunden, spurlos und, wenn sie noch leben sollte, irgendwo, dann wäre sie heute 66 Jahre alt. Ja, also, es ist, ähm, unfassbar schon wieder, dass, ähm, wieder so ein junger Mensch einfach verschwindet. Meine Theorie ist wirklich, dass es bestimmt jemand sein wird, den sie kannte. hundertprozentig. Entweder war es ein Mitarbeiter, der ja wusste, wo sie arbeitete und, ähm, dort irgendwo auf sie gewartet hat oder vielleicht hatte sie auch eine Verabredung. Das kann auch sein, dass sie länger arbeiten musste und dann aber dann noch eine Verabredung hat. Das weiß ja auch niemand, ja. Ja, also daher ist es nämlich natürlich sehr, sehr schwierig zu, herauszubekommen, ja, mit wem hat sie sich getroffen? Hat sie sich überhaupt mit jemandem getroffen? Es ist schwierig. Ja, schreibt mir doch eure Meinung zu Marion mitteilichsfall in die Kommentare bei YouTube. Ansonsten gerne auch einfach so Nachrichten. Ihr wisst, könnten wir auch Sprachnachrichten schicken über Instagram time unterstrich for crime und ja, das war es zu diesem Fall. Mehr habe ich da leider nicht und im zweiten Fall, wie ich schon gesagt habe, da gehen wir in das Jahr 1993. Hier geht es um Waltraud Sass und zwar wurde die Waltraud 1942 geboren. 1993 lebte sie in Bad Neustadt an der Saale. Dort lebte sie alleine. Sie war geschieden und hatte einen erwachsenen Sohn. Im September 1993 war Waltraud Sass 51 Jahre alt und Geschäftsführerin des damaligen Ford Autohauses Kuhn. In der Nacht auf dem 8. September 1993 wurde Waltraud in ihrer Wohnung überfallen. Sie wurde gefesselt, misshandelt und ermordet. Es wurden 3.500 Mark gestohlen und was soll ich euch sagen, jetzt kommt wirklich das Traurigste in diesem Fall, finde ich. Ist ganz schrecklich, denn Waltraud Sass wurde von ihrem eigenen Sohn aufgefunden. In diesem Fall war die Kripo Schweinfurt zuständig und man meinte, dass durch die Autopsie kam dann heraus, dass es eine stumpfe Gewalteinwirkung gegen den Hals gegeben haben soll. Und ja, es wurde dann eine 24-köpfige Sonderkommission gegründet und am Montag, den 6. September, also sozusagen zwei Tage bevor Waltraud Sass ermordet wurde, kam sie aus ihrem Griechenland-Urlaub wieder zurück. Am Dienstag, den 7. September, einen Tag später, traf sie ihre Freundinnen in der Weinstube Dörr. Und da gibt es auch Zeugen, wie gesagt, die Freundinnen, also die bestätigten, dass sie da noch ja, dort ja, gefeiert haben, kann man so sagen. Ja, man vermutet, dass Waltraud Sass den Einbrecher überrascht hätte und ja, zwei Wochen nach der Tat wurde ein 28-jähriger Tatverdächtiger verhaftet. Hinweise auf den Täter kamen aus Bayern, Baden-Württemberg, sogar Berlin und Nordrhein-Westfalen. Als Mord wird dieser oder Raubmord wird dieser Fall eingestuft und ja, der Fall ist immer noch aktiv, Gott sei Dank, auch wenn es, wie gesagt, im nächsten Jahr, im September schon 30 Jahre her ist, nächstes Jahr, unfassbar, ist der Fall natürlich ununterbrochen offen, so sagt man ja. Ja, das war der Fall von Weitraud Sass, also ich gehe davon aus, dass es auch sein kann, dass sie vielleicht jemand Bekanntes getroffen hatte, nachdem sie dort aus diesem, wie hieß es, aus der Weinstube Dörr auf dem Weg nach Hause war und vielleicht wirklich freiwillig jemanden mit in ihre Wohnung genommen hat. Es kann natürlich trotzdem sein, dass es ein Einbrecher war, das ist wieder eine ganz andere Theorie, also es ist hier in diesem Fall alles möglich, aber 30 Jahre ist schon echt eine lange Zeit und ja, da kann man wirklich nur hoffen, dass man irgendwie noch was findet und vielleicht gibt es ja auch DNA Spuren und man sagt es der Öffentlichkeit nicht, das ist hier nicht ersichtlich gewesen und ja, also ihr kennt es, Polizei hält vieles, teilweise in Verschluss und ja, ja, also zwei deutsche Fälle heute, ich hoffe, die beiden Fälle waren interessant für euch und ja, auch wenn der letzte ein bisschen kurz war und ich da nicht so viele Informationen hatte, hoffe ich trotzdem, dass ja, die Fälle halt interessant für euch waren, genau, vielleicht kanntet ihr die Fälle ja auch, weil ich meine, ne, innerhalb Deutschlands, da sind manchmal einige Fälle ja vielleicht auch bekannt, ja, dann würde ich etwas sagen, wir hören uns am Freitag wieder und bis dahin, habt eine schöne Zeit, passt auf euch auf und ja, eine schöne Woche noch, bis Freitag, ciao Bis zum nächsten Mal, Untertitelung des ZDF, 2020